Ähm, hier. Aber hier geht's nicht. Verdammt. Hm. Hm? Hm? So. Perfekt. Aber hier, das haben wir noch nicht entlastet. Können wir auch noch nicht. Das würde ich aber auch noch nicht machen, da wir das Gebiet erst kaufen müssen. So, da würde ich hier noch eine Oberschule hinbauen. Wie sieht's denn mit der Bildung aus? Okay. Oh Gott, was ist es hier wieder so voll? Verdammt. Und wenn ich die Straße einfach wegmache? Und wenn ich die Straße einfach wegmache? Oh, meine Nase kribbelt. Ich... Oh, ein Feuer, ein Feuer. Ja, die Feuerwehr ist aber schon da. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hm. Sieht eigentlich ganz gut aus. Bis jetzt. So. Hm. Dann würde ich sagen, wir gehen mal noch eine große Straße hin. Bis zum. Bis zum. Okay, wir haben nicht genug Geld dafür. Auch nicht schlecht. So, eh die Herrschaften, die unten keinen Strom haben, verbinde ich es mal schnell. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Wenn man aus Versehen irgendwelche Kabelleitungen oder so kappt und es nicht mitkriegt und dann plötzlich alle keinen Strom haben und man dann pleite ist. Das ist nicht so gut. So, hier ist immer noch total viel Verkehr. Weil die wollen natürlich alle ins Industrie. Natürlich. Das ist schon wieder ein Feuer. Mensch. So, wir brauchen anscheinend mehr Wohnungen. Natürlich. Ups. Das wollte ich nicht. So, dann machen wir das hier noch so. So, so. Da haben wir noch eine Hausreihe. Ist ja auch schon. So. Okay, da ist was abgefackelt. So. Weg ist es. Weg ist es. Weg ist es. Was könnte man denn noch machen? Wir haben kaum Geld. Okay. Oh, aber Strom ist jetzt langsam verbunden. Das ist schon mal sehr gut. Wir warten noch ein kleines Stück. Minimal warten wir noch. Oh, wir machen es mal. So. Mal gucken, ob sich da was baut. Ja, perfekt. Da können wir hier die Leitungen trennen, weil die Gebiete jetzt miteinander verbunden sind. Und diese Masten, die stören natürlich auch total beim Bauen. Weil die total viel Platz einnehmen. Und da kann man das nicht bebauen. So, es sieht, also es bekommt langsam Form. Es ist langsam nicht mehr so praktisch aufgebaut. Das finde ich gut. Ich mag es nicht so, wenn alles gleich aussieht. Und alles rechteckig oder so. Das mag ich nicht so. Ich glaube, ich mache hier noch keine Straße. Genauso wie hier. Und wie hier. Und was mache ich denn hier hin? Auch Wohnungen, würde ich sagen. hier dann auch noch ein bisschen Gewerbe. Das mache ich. Wohnungen. Wohnungen. So. Wir wollen natürlich den Platz bebauen. Den ganzen Platz. Irgendwie stört mich der Nebel hier. Ich weiß auch nicht. So, wo ist man? Hier kann man also wenden. Und sie haben den Grill. Ja. Okay, mal gucken. Bis zum nächsten Mal. So? Das ist der Weg. So, das ist der Weg. Ich würde gerade von einem Fuß erfahren. Oh, ist das krass, ganz dumm. So, hier kann man dann langfahren. Hier ist 40. Hier kann man langfahren. Dann fahren wir mal ein bisschen Autobahn. Und da sieht man schon die Stadt. Hier kann man das übelst toll verkehrsspielen. Und über die Autobahn. Ja! Wir können viel weiter fahren, kann das sein? Ja. Krass. Ich dachte, es wäre dann Stopp. Achso, Ende. Okay, so. Wie sieht's denn hier aus? Eigentlich ganz gut. Oh, da bauen sie schon die ersten Häuser. Die haben natürlich kein Wasser. Also, das ist die hier. Die brauchen natürlich wieder extra Wurst. Extra Wünsche hier. Ja. So. Ich würde sagen... Hier machen wir ein bisschen Wald, Wirtschaft. So. Wie ist denn hier? Braucht mehr der Verteilung. Achso. Okay. An dem Fichtenweg.